Wie aktiviere ich den Lizenzschlössel für einen WordPress-Benutzer? Nachdem du dich für eine Premium-Lizenz registriert hast, wird dir dein Lizenzschlössel per E-Mail zugesandt. Zur Aktivierung deines Lizenzschlössels klicke bitte auf Premium oder Lizenz-Upgraden in der linken Navigationsleiste des Blog-to-Social-Menüs. Gib deinen Lizenzschlössel in das Eingabefeld ein und klicke auf Lizenz aktivieren. Du hast nun diesen Benutzer erfolgreich für die Blog-to-Social-Premium-Funktionen aktiviert. Wenn du weitere Benutzer für diese Lizenz freischalten möchtest, wiederhole bitte diesen Vorgang in jedem Benutzerkonto. Mit einer Blog-to-Social-Business-Lizenz kannst du die Benutzerverwaltung in den Einstellungen nutzen. Für weitere Informationen, siehe Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der Videobeschreibung findest du Links zu den FAQ und der Support-Community. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns auf Social Media folgst oder diesem Video ein Like gibst. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.